Hallihallo meine Freunde, wieder mal gibt es ein Wasserpalast Video, diesmal wieder ein Neigenwasserpalast und diesmal auch mit der Vollversion von Minecraft, nichts mit der Java-Version. Ich habe schon ein bisschen was angefangen an drucken, zu leugnen, color und so weiter, ihr seht es dann eh. Ich werde wie gewohnt Mikrofon aus und Musik an und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020